Willkommen zum Making-of vom Schweiss-Tag. Über den Kopf schweissen, wo wir durchführen können in einem schönen Rohr-Bass beim Benno Schlatter. Wir machen eine Fotosession, wo wir zeigen, dass man mit dem Optrell-Helm über den Kopf schweissen kann. Das Coole an der Sache ist, der Helm ist so geformt, dass der Sprührego einfach vom Helm abprasselt. Ich muss noch hinten einen Schutz anhalten. Was brauchst du? Das ist etwas, was für den Strom geht. Ja, genau. 4, 4, 3, 1, 3, 4, 1, 5, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 1, 7, 5, 6, 7, 8, 8, Hier gibt es eine andere Position. Hier gibt es eine andere Position. Hier gibt es eine andere Statistik. Gerade nicht so. Es ist gut. Die Speiseite des Speisees für die Kampfs. Zwischen Sieg-Spreise. Die Haare in die Kampfs. 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.